So, ich habe hier das Martin-Einschlagtuch. Ein sehr hochwertiges Leder wurde hier verarbeitet, innen so ein bisschen rau, außen glatt. Und ich habe hier eine kleine Micro Four Thirds Kamera schon mal eingewickelt. Was halt super ist, dass dadurch, dass es nur so ein dünnes Leder ist, dass die Kamera vom Volumen kaum größer wird, als hätte man gar nichts um die Kamera gewickelt und trotzdem den sehr guten Schutz hat, dadurch, dass es halt wirklich dickes oder stabiles Leder ist, wo halt kein Schlüssel oder irgendwas oder irgendein Kugelschreiber irgendwie die Kamera zerkratzen kann, weil das halt sehr, sehr solide ist. Ich mache das Ganze mal auf. Man umwickelt das hier so mit dem Lederband, schlägt das Ganze so ein. Man hat dann hier seine Kamera, macht das auch noch mal zu. Insgesamt sehr hochwertig, das Ganze. Dann zieht man hier das Lederband noch einmal so durch und schon ist die Kamera wieder sicher verstaut. Ja, das ist das Martin-Leder-Einschlagtuch. Und das ist das, was ich es eingeht. ��